Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zero Hero. Ja, es ist jetzt 16 Uhr. Wir haben hier ja angeblich einen Kampf jetzt. Was interessant ist, denn unser Anführer ist ausgetreten aus dem Team. Habe ich vorhin gesehen und irgendwie bin jetzt ich Teamleiter hier. Was ich schon interessant finde. Der hier ist einfach, zack, hat hochgepusht, hat nochmal was hinterlassen. Dann hat der hier noch was gemacht hier. Und dann hat der das Team verlassen. Dann hat er den Rang von Juno auf Anführer geändert und hat auch das Team verlassen. Ich weiß nicht warum. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Und jetzt habe ich mit dem einen hier geschrieben gehabt, der hat auch nicht ganz so viel Ahnung. Also ein bisschen zwar mehr, aber er wusste nicht, wie man hier von dem Team und sowas alles... Da habe ich hier ein bisschen was geschrieben gehabt. Das ist ja Gott sei Dank ein bisschen übersichtlich noch geblieben. Aber jetzt ist 16 Uhr und es passiert anscheinend nicht wirklich irgendwie was. Greift dieses Team bereits an. Okay. Vielleicht ist das Ingame-Serverzeit eine andere oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Um Banden anzugreifen, muss eure Anführerstufe 50 sein. Vielleicht hat es deswegen nicht geklappt, weil die dann... Ja, weil ich ja noch nicht bin. Ich bin ja 17. Greifen wir jetzt ein anderes Team an. Oh, Teamkampf. 16 Uhr. Donuts gegen die dummen Köpfe. Ansehen. Okay, das ist jetzt hier unten zum Beispiel. Der scheint hier wirklich gut schon zu sein. Also ich mache jetzt erstmal nichts, weil der scheint erstmal alle alleine hier fertig zu machen. Das ist der Wahnsinn. Da haben wir ja Glück, dass wir so einen guten haben. Okay, ich weiß... Ich sehe hier keine Anzeige, wie viele hier sind und wie viele die sind. Also man sieht hier nur... Oh, das ist jetzt... Oh, 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 oh. Oh. Gut, jetzt komme ich. Ach, niemand. Ah, ich habe den Kampf beendet. Somit haben wir gewonnen. Wow. Kampf gewonnen. Sieger. Donut Hunter mit D-U. Ja, ich weiß nicht, warum man Donut so schreibt, aber gut. Denn oben Donut steht ja schon mit O einfach statt O-U. Aber gut, vielleicht gibt es ja den Namen schon. Aber dann hätte man sich eigentlich für was anderes entscheiden sollen. Aber gut. Teamergebnis plus 910 Ehre plus 322 Münzen. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Das war schon mal sehr cool. Gucken wir mal direkt hier mal. Bestreite einen Teamkampf. Haben wir erledigt. Wunderbar. Ähm... Neun Helden ins Team einladen? Nö, ich hatte vorhin mir das angeguckt. Habe hier einfach mal angeklickt und habe die dann einfach mal eingeladen, die nicht in einem Team sind. Zum Beispiel hier, die ist schon gar nicht so schlecht. Habe ich hier auf das in dein Team einladen. Hey, hast du Lust in einem Team zu spielen? Wir sind zwar noch recht jung und klein, aber sind, aber haben viel Spaß und wollen den Weltfrieden. Zack, und eine Einladung verschickt. Aber die hat nichts an. Hä? Aber sie ist so hoch. Sie sucht sogar ein Team. Ja, vielleicht antwortet sie. Ja, das wäre echt cool. Ähm... Ah ja, jetzt fragt man ja auch. Juni, spielst du League of Legends? Ja, habe ich ja mal gespielt. Äh, aber nicht lang. Ich habe, glaube, acht Folgen oder so gemacht. Da hat der Mästen mir sozusagen eine kleine Einführung ins Spiel gebracht, wie man das so spielt und so, was top und so oder might ist oder sowas wie auch immer und, äh, seitdem aber nicht mehr so wirklich. Ja, was werden wir jetzt so machen? Wir... Ich hätte ja gerne das hier mal ausprobiert. Halte in Missionen nach einem Fotoausschau, um den Sondereinsatz freizuschalten. Das heißt hier, das hier sind Missionen, nach einem Fotoausschau halten. Äh, ich denke mal hier sowas oder so wird dann hier so ein Bildchen als Foto oder sowas auftauchen. Das ist ab 15 machbar schon, aber wir sind 17 schon und haben das noch nicht gehabt. Finde ich ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen. Für heute habe ich auch das Training weitergemacht. Hier sieht man, hier, da und da habe ich schon das etwas weiter. Da muss ich jetzt viermal bzw. 20 Minuten trainieren, damit hier ein paar Punkte nach oben gehen bei meiner Liste. Hier fehlt mir noch einer, dann haben wir das auch schon mal wieder. Und dann kriegen wir Intuition, äh, fünf mehr. Und das ist dann hier unten und das ist dann sehr, sehr gut, finde ich. So, jetzt müssen wir aber gucken, haben wir noch irgendwas, was wir kaufen können, was besser ist. Weil wir müssen jetzt ganz dringend auf Leben wieder gehen. Ich habe das ja vorhin erst ein bisschen runter gemacht, weil ich dann mehr Stärke habe, für, falls wir hier hier mehr Stärke benötigen oder sowas alles. Ähm, aber bis jetzt ging es ganz okay soweit. Ich überlege gerade, ob ich spenden sollte. Ja, wir spenden einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht mit den anderen hier, die hier rausgegangen sind, ob sie irgendwann nochmal eine Anfrage stellen oder so. So, hey, wir wollen wieder rein oder sowas, äh, dann kann man die, warte mal, kann man die irgendwie sehen? Absender anzeigen. Ah ja, ist im Team schon. Ist auch gerade online, okay. 4 von 14 Spielen, die in all die Verschienen sind. Okay. Dann werde ich jetzt auch erstmal wieder verschwinden, das, beziehungsweise ich schreibe hier nochmal rein. Ich muss nämlich noch ein paar Videos rendern. Haha, okay, wie heißt dein Kanal? Juna FE, natürlich. Und wir kommen in der Aufnahme, ne? Dann denke ich mal, dass du da auch diese Folge dann in die Tage sehen wirst. Ich weiß noch nicht, wann sie genau auf online kommen kann, weil ich nämlich zur Zeit ziemlich viel zu tun habe und viel Vorbereitung an... Urlaub. Ja, es geht bald weg in den Urlaub. Ist das nicht schön? Erholung. Frei. Ja gut, auf jeden Fall sieht man sozusagen, diesen Teamkampf war sehr interessant, hat mir gut gefallen und ich hoffe, dass wir bald einen wieder machen. Aber erstmal müssen wir dringend mehr an Kraft und alles, wir alle und mehr, ja, mehr Leute sollten wir auch werden. Also, so wenige, das ist gar nicht so gut. Stufe 15 ist wahnsinnig gut, ne? Das ist der Hammer. Gucken wir mal, wer hat am meisten... Achso, ich habe am meisten, okay, ja. 32, der ist, der am höchsten, aber... Ich will mir den mal angucken, kann ich den Mitglied anzeigen? Ja, der ist schon nicht schlecht. Hat keine Bescheidung, freundlicher Mensch, der beherzten helft uns. Okay. Cool, cool. Ja, dann werden wir jetzt ja erstmal aufhören und wir sehen uns dann bald wieder. Ich versuche die Let's Plays alle zwei Tage nur zu bringen, weil ich dann nicht so, so ein, ja, so einen Zwang habe, das aufzunehmen, sondern eher dann spontan mache, wenn ich dann wirklich Lust habe und wegen der Zeit auch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder und ich wiederhole mich und wiederhole mich und wiederhole mich. Äh, scheiß Band. Kopf raushauen. So. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.